die zukunft sollte für die anderen jungen ziemlich gut aussehen weil sie haben auch echt lust drauf und wollen das ding auch machen ich habe auch zwar große lust drauf aber halt der moment so mit mir im schaden läuft gerade alles drunter und drüber was wollte ich jetzt machen wir sind ja auch im moment dabei ein nein darf ich sagen nein das nicht nichts ja werde man das ja alles ist voll rausgeplappert ach du meinst den genau den ja jetzt weiß ich auch ja was sagen die anderen über das thema gar nichts irgendwie ein bisschen komisch wenn man ein thema spricht weil jetzt was ich sagen heute ist ja schon alles so gesagt wenn wir wieder mal zu leise werden dann können wir ja dann einfach wieder das nächste thema ansprechen oder ja wir sind ja ich mag euch aber dann auch obwohl ich euch noch nicht so wirklich kann ich finde es echt gut dass ihr uns abonniert habt und dass ihr auch immer treu dabei bleibt das hoffen wir uns wir haben uns auch schon eine schöne überraschung ausgesagt ausgesagt ausgesammelt das das sind wir wieder ausgelaufen gemacht habe um und die sie halt weiter ausführen werden um ein zweiterhalb so ein paar Probleme gab es auf jeden Fall jetzt in den nächsten in dem nächsten Monat oder sogar vielleicht in diesem Monat oder wie auch immer um jetzt auf jeden Fall das Monat und das der Klappe geben dass ihr auch etwas mehr von uns um habt und nein ja nein 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 doch nein doch doch irgendwie ist der Raum ein bisschen zu groß geworden aber ich finde es halt schade dass ihr dann halt auch unter den Kommentaren schreiben also ich spreche jetzt eine Person an die sollte sich auch glaube ich angesprochen fühlen ähm dass sie irgendwie so kackdreiß irgendwie es darunter schreibt oder so dass ich alles verbieten tue also es ist halt so meine Art ich möchte eine perfekte Folge hinbekommen und wenn es hier halt nicht passt jetzt schau einfach nicht die Folgen an die ich aufnehmen und das ist das ist das ist auch gut so also neu nein also ich persönlich könnte auch auf dich verzichten Entschuldigung aber muss jetzt einfach mal gesagt werden jetzt werden wir gleich die Abo alter Leon du bist echt unnötig ist hier unten alles voll mit Munster und es tut mir echt leid ja glaube ich dir aufs Wort können wir mal bitte alles schlafen gehen ne ich bin in der Höhlich ich kann nicht ich will auch gerne schlafen gehen ich würde aber auch gerne nicht schlafen gehen denn die Frau bitte alle die nicht schlafen ich kann nicht lieben sonst sind die Zuschauer die IP hast du die auch noch nicht gestellt ne hab ich nicht ne hab ich nicht ne du kommst dann auf mir wenden wer raus geht ja und dann muss ich auch wieder joinen ist doch eh Whitelist ja trotzdem können sie noch eine Ecke nicht schlafen machen könnte schon von jedem YouTuber auf jeden Server gehen wenn es darum gehen würde ist es hier schon wieder ein Creeper gespawnt oder was oder nix Alter warum leckt es denn so ja also ich habe wirklich keine Meinung von Leon und Jay Alter was sagt ihr zu dem Thema warum leckt es denn so für welches Thema nochmal? Alter Thema Zukunft von Bubbles und Co ahja stimmt ahja stimmt tu nicht so gleich wie du schon bist nein ja auch nicht nein Elios komm mal her okay ich muss kurz die Aufnahme stoppen und wieder neu joinen weil irgendwie leckt der Server grad bei mir ein bisschen ich bin gleich wieder da tschüss komm mal her so und da sind wir wieder ne geht nicht leider kann ich keine Bettenbahn klingeln kein Server warum? ja weil das im Moment natürlich wieder abgebaut wird echt dann heißt wahrscheinlich Bad Respawn oder so aus aber müssen wir jetzt eh nicht schlafen gehen die aufnuss können wir ja dann ich stelle es dann um für die nächste Aufnahme ja okay wir haben nämlich heute neuen Server bekommen ach fuck jetzt habe ich kein Ahja das ist echt geil eigentlich wollten wir schon vor paar Stunden schon aufnehmen aber leider hat er ja das ist ja wirklich schön ich bin bald Shark ein Server mit richtigen Einstellungen zu kaufen ja ne ihn richtig anzustellen mit richtigen Einstellungen zu kaufen ja böh ja deine Mama oh Lea ich verprügel dich jetzt geh ja schon bei wem war das gerade? bei mir nicht was denn? das mit den Monstern? ja aber mir ah also hast du doch keine Kopfhörer auf ja ich hab ich hab Kopfhörer schon an aber ich hab den Ton von den Kopfhörern aufgestellt was machst du denn? lol lol was hast du mit dem Hauwasser gemacht? holy shit holy shit alter was hast du da hinten auf dem Berg gemacht? ja das ist mein Wasserbär wasser Berg alter alter okay Jan schau dir mal den Wasserberg hinten an er hat ihn doch schon gesehen ich hab keinen Berg gesehen komm mal her du hast gesagt ja ich seh von hier aus den Wasserbär ja das war ein Scherz ja das war ein Scherz ich dachte nicht dass du es wirklich machst das es so unnötig sein musst weil du keine Hobbys hast der ist endgeil alter 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 da du musst mal reingehen Janos das ist eh verstanden wo? in die Burg in den Berg warum? kann man da reingehen oder was? ja haste Janos Mann ich geh jetzt auf Essensjagd Essensjagd ja ich muss irgendwie sterb sonst das ist dann Essensjagd Dominik was machst du da? Essensjagd Ich mache ein bisschen den Weg frei, damit das ein bisschen glatter ist hier. Und die Löcher hier dicht, die so komisch sind. Ach man, ich hätte so gern mal wieder Kohle oder Diamanten. Damit das ein bisschen Kionz Haus anpassen kann. Hast du gerade nichts zu tun, Dominik? Doch, ich mache gerade was. Weil wenn du nichts zu tun hättest, hätte ich eine Arbeit für dich. Welche denn? Welche wäre es? Und zwar, wenn du auf mein Haus zugehst, vom Wasser aus, dahinter, müsste flach gemacht werden. Habe ich gerade das zu, mache ich hier gerade schon bei dir vor der Tür. Konntest du ja mal Leon, Frank. Leon hat dir nichts zu tun, der hockt auf dem Bug und sneakt. Und gar nicht, sneakt gar nicht. Du hast gerade gesninkt. Ich kann ihm helfen hier unten. Leon hat totale lange Reile und weiß nicht, was er mit seinem Leben anfangen soll. Ja, der soll hier unten im Raum helfen. Ach, Kion. Na ja, könnte ich auch mal wieder machen, ne? Jetzt habe ich wieder keine Fackeln, Alter, das ist so eine Scheiße. Die Türme, die du gemacht hast, sind komisch. Danke. Mach's besser. Hab ich. Und er hat zu laufen. Mann, warum gibt es hier keine einzige heftige Kurohaut? Ich habe sie genauso gebaut. Oh, die Schlucht muss zu. Ich habe keine Bock, ob die Schlucht. Dann bau sie zu. Mit Sand, äh, mit Sand, ja, mit Sand, ja. Warum gibt es hier nichts, Mann? Ich habe es nicht gehört, aber ich weiß nicht, wo es ist. Ach, Kärre ist. Glaubst du es bist du, Jerem? Ja, ich glaube auch. Ja, ich glaube auch. Du hast die Türme viel zu niedrig gemacht, Alter. Dann mach's besser. Ja, okay, Lerner. Ja, mach ich ja schon. Komisch, dass wir sie... Okay, eigentlich dürfen wir das ja nicht sagen, aber du hast es wieder gesagt, Lerner. Was denn? Dass wir es beim letzten Mal schon etwas gemacht haben. Was meinst du mit dem letzten Mal? Ja, das wirst du so. Oh, wir hatten ein paar Wehaufnahmen, weil das nicht geklappt hat. So. Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. Ich höre immer noch ein Echo. Echt nicht. Von Giano. Geht gar nicht, weil ich Kopf rauf habe. Ja, aber ich höre... Wenn du was sagst, dann kommt es bei mir zweimal an so. Jetzt ist es raus, jetzt ist es raus. Ja, kann ich auch nicht so. Red mal ein bisschen lauter. Hallo? Hallo? Noch lauter? Nein. Noch lauter rede ich nicht, sonst schreie ich um. Jetzt ist das schweigen Land. Mann, ich brauche doch bloß irgendwie Kohle. Ich habe 21 Kohle, man, ich brauche mehr. Alter, wie viel? Mehr, mehr, mehr. Ja, ich brauche echt mehr. Ach, komm, ich geht's zurück. Es ist so ein Zeugnis, dass die Gebrauchskohle hinten. Giano, man hat seine Geräusche. Ja, ich weiß. Aber er hat ja, er hat der TS über iPhone und nicht über. Dann zieh dir halt noch Kopfhörer für deinen Computer auf. Nein, hört man schon schon mehr. Nein. Das lässt sich so für mehr sein. Oder wie ist deine Schwester? Bestimmt. Jan, was macht denn deine Schwester da? Ja, ich habe keine Ahnung, ich habe irgendwelche kleine Probleme. Ja? Ja, verdammt scheiße, viel Kohle. Echt, wo? In der Schluck hier. Ja, in die will ich ja gleich gehen. Ach so, in der. Komm her, ich baue die gerade zu. Uh-uh-uh.